Mein Name ist Thorsten, willkommen bei Move in Z. Hier findest du alles zum Thema 3D-Druck, Laser und Technik. Heute geht es um ein Problem mit dem K1, welches auf Unterextrusion zurückzuführen ist. Ob wie hier erkennbar, einfach mit Spaghetti auf dem Druckbett, welches sich massiv ausbreitet, oder einfach nur Unterextrusion an einem Benji, zum Beispiel wie hier am Kabinendach oder vielleicht an ganz anderen Stellen, im Rumpf, auf der Bodenplatte oder oben am Schornstein. Wie auch immer, heute schauen wir uns mal das Thema an und ich zeige euch, wie man das Ganze mit einem Quick-Fix beheben kann. Das Problem tritt vorrangig mit der Version 1 des Spirit Extruders auf, mit der Version 2 sollte es behoben sein. Doch wie kann man diese unterscheiden? Die Version 1 hat hier oben, statt wie hier zu sehen, weiß, einen schwarzen Verbindungskonnector zum PTFE-Tube. Die weiße Version ist die Version 2. Um mit der Prozedur zu starten, muss man als erstes diese Abdeckung herunternehmen, die einfach nur in diese zwei Löcher eingeklipst ist. Danach entfernt man diese kleine Halterung am PTFE-Tube und schiebt diesen Konnektor einfach leicht nach unten, sodass der PTFE-Tube nach oben herausgezogen werden kann. Im nächsten Schritt entfernen wir die Schrauben auf der linken und rechten Seite des Extruders. Hier zwei Fotos zur leichteren Orientierung. Auf der linken Seite gibt es zwei Schrauben, auf der rechten Seite eine. Danach könnt ihr den Extruder einfach nach oben wegziehen. Passt aber auf, dass ihr ihn nicht zu kräftig zieht, denn er hängt immer noch am Kabel. Da sich der Quick-Fix nur mit dem Getriebe beschäftigt, schrauben wir einfach dieses vom Motor los, sodass wir freier arbeiten können. Im Inneren gibt es noch diesen kleinen PTFE-Schlauch. Vielleicht auch ganz gut zu wissen, dass der da ist. Später beim Einbauen wird der auch noch mal interessant. Ja, und dann schauen wir uns doch einfach mal das Getriebe an. Wir sehen hier die zwei Zahnräder, die sich gegenläufig bewegen und darüber liegend dann entsprechend die Halterung, die das Filament in das Hotend reinschieben soll. Geöffnet und geschlossen haben diese natürlich unterschiedliche Abstände, wie hier gut erkennbar. Das Problem allerdings ist, dass im geschlossenen Zustand der Abstand einfach zu groß ist. Am Anfang, solange der Drucker noch neu ist, ist dies kein Problem. Offensichtlich stellt sich hier aber irgendwie ein leichtes Spiel ein, warum es ab einer gewissen Zeit zu einem Problem kommen kann. Wie kann man das nun lösen? Nun, wir müssen jetzt einfach sicherstellen, dass der luftige Abstand zwischen den zwei Förderrädchen verringert wird. Hierzu löse ich einfach auf der rechten Seite das Förderrädchen, nehme es komplett weg, lege eine kleine Unterlagsscheibe passend ein, die nicht zu hoch ist, und schraube das Förderrädchen einfach wieder auf seine altbekannte Position. Hieraus ergibt sich nun ein leichter Höhenunterschied zwischen den zwei Förderrädchen, was zwangsläufig natürlich den Durchgang verringert. Heißt, der Durchmesser, um das Filament durchzuschieben, ist nun deutlich enger als vorher und der Grip auf das Filament natürlich nun auch deutlich stärker. Beim Auseinanderbauen bzw. Zusammensetzen solltet ihr darauf achten, dass ihr dieses winzig kleine Kugellager nicht verliert, denn das zu suchen ist sicherlich nicht besonders spaßig. Ja, der Umbau ist im Prinzip jetzt schon abgeschlossen. Man kann nun den Kunststoffdeckel einfach wieder auf das Getriebe aufsetzen und montiert das Ganze nun wieder zurück an seinen ursprünglichen Platz. Ein kleiner Funktionstest zeigt noch, ob alles sauber funktioniert. Einmal öffnen, einmal schließen und dann baut man das Ganze einfach wieder ein. Zuerst setze ich den zuvor entfernten PTFE-Tube wieder ein. Dann befestige ich das Getriebe wieder am Motor. Übrigens, mein Akkuschrauber ist einstellbar auf 1 Nm, geht also hier nicht mit einem Gerät ran, welches wirklich Kraft produziert, sonst habt ihr die Verschraubung sehr schnell am Gewinde zerstört. Danach wackelt man den Extruder wieder an den richtigen Platz. Warum wackeln? Nun der feine PTFE-Tube, welcher unten raus steht, muss nun wieder natürlich in das Loch zurück in den Extruder eingeführt werden und das gibt sich am besten durch eine leichte Wackelbewegung. Dass alles richtig sitzt, erkennt ihr daran, dass tatsächlich die Schrauben seitlich links und rechts wieder eingeführt werden können, ohne Kraft aufwenden zu müssen. Ist hier ein Versatz zu erkennen, wackelt einfach noch ein bisschen weiter am Extruder, sodass dieser noch ein Millimeter runterrutschen kann. Danach ist die Installation überhaupt gar kein Problem. Kraft oder Druck in irgendeiner Form wird an dieser Stelle nicht benötigt. Ja, ein kurzer Testdruck kann uns nun zeigen, ob die Unterextrusion behoben ist. Und bisher sieht das doch schon mal ganz gut aus. Keinerlei Unterextrusion erkennbar, saubere Layer, Schichten absolut perfekt. So wünscht man sich das Ganze. Schauen wir uns das Benji fertig gedruckt an. Keine Unterextrusion an Rumpf, Kabine, Schornstein, Dach oder auch auf der First Layer. So soll es sein. Deine Meinung ist mir wichtig, drum schreib mir Vorschläge, Ideen und Feedback unten unter das Video in die Kommentare rein. Wenn du mich wiedersehen möchtest, klicke auf Abonnieren und danach auf die Glocke, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Wenn du direkt weiterschauen möchtest, schau dir mal dieses oder dieses Video an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau doch mal auf meinem Instagram und Linktree-Seiten vorbei. Suche nach Move in Z und bleibe mit mir in Verbindung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.